Hei Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Trouble in Meinville Genau, mit dem David Also viel Spaß und bis gleich Oh, geht los Und es geht auch schon los Und da geht's auch schon los Hier gleich mein Haus Ach ja, ich hab gefällt Ich krieg wahrscheinlich gar keine Kiste Doch, hier einer am Baum steht Ein Steinschwert und Eis Ja, sehr gut, ich hab gerade leider noch ein Hochschwert bekommen Oh, wetten, ich renne jetzt voll in die falsche Richtung Wo ist das Eisenschwert? Es gibt ja mehrere Ja, wo sind Wo ist das zweite Eisenschwert überhaupt? Ähm, also ich weiß, dass hier in diesem Haus ein Eisenschwert ist Aber ich weiß nicht, wo das ist Wo ist die Bank? Ja, ich glaube, in der bin ich hier auch gerade drin Aber, ähm Ja, ja, klar Die ist auf der anderen Seite Das ist so ein helles Haus Ein helles Haus Ach nee, warte, das ist ja Okay, ich bin blind Aber ich glaube, ich weiß, welches das ist Ist egal Ich hole mir jetzt hier einfach das Eisenschwert Ja, nee, ich komm da auch hin Scheiß auf den Bogen Das ist echt so Noch so, hier sind ja nur ein paar Leute Das ist echt so Ähm, ich werde so viel Ich krieg sowieso keinen Platz, wo ich draufklicken kann Ja Ja, random Random Hits Nee, warum? Muss nicht random sein Ja Aber ziemlich sicher Weil sonst könnte man einen Traitor töten Und das würde keinen Sinn machen Warum, hä? Naja, wenn du siehst Oh, ich hab Eisenschwert und ich bin Traitor Bam, bam Ja, aber wenn da noch jemand ist Der Traitor ist Ich verfolge den mit dem Eisenschwert jetzt auf jeden Fall erstmal Ja Ich hab Oh, fuck Ähm, wo? Hä? Wo bist du? Ähm Storben Ja, ich komm jetzt hier Fuck Mann Was? Hat er dich einfach gerandomt und du hast ihn dann zurückgerandomt? Ja Aha Du bist voll der Randomer Ja Jetzt hab ich keine 3330K-Mor mehr Egal, das krieg ich jetzt nochmal hin Dann hab ich zweimal Boah, meine Frames Ja, meine auch grad Das liegt am Server Ups Achso Ich hab grad nochmal Aufnahme neu gestartet Jetzt läuft's besser Ähm Aber ich hab die Musicdisc Ich will da rein Ich will da rein Ich will da rein Guck mal, Leute Ich hab die Musicdisc Äh, ich hab jetzt auch nochmal neu gestartet Oh ja, jetzt Nee Nee, nee, jetzt hab ich extreme Lacks Ah, jetzt geht's besser Kann ich ein paar Pfeile von dir haben? Oder hast du die Pfeile? Ich hab nur ein Schwert Aber hier liegt ein Bogen Aber ich hab auch keine Pfeile Ja, ich sammle die Ich hab zwei Pfeile Äh, drei Und hier betteln sich gerade zwei Irgendwie Oh, Seppi ist auf Twitter Oh, hier Da Der Typ da? Der Games Der, der okay Steck der zurück Ja, tut er Und? Sauber Ich hab ein Eisenschwert Geil Und 23 Frames Das ist nicht gut Ich hab 29 Hey, hier Dieser komische Typ in dem Opfer-Skin Hier Hat er dich angegriffen? Der hat mich angegriffen, ja Ich hab jetzt gezeigt, dass ich inno bin Weil guck, ich drück den Button und es passiert nichts Alter, was? Scheiß Typ hell Ja, random doch mal Random Brauchst Pfeile? Da liegen welche Hab Pass, danke Ja, toll Wow Jetzt hab ich über 30 Frames Was? Lost 30 Karma von Killing the Detective? Geht's noch? Der stand hier Hier, ne? Du kannst es in meiner Aufnahme sehen Ich hab den bestimmt nicht getötet Oh mein Gott Ey Okay, der hat mich angegriffen Scheiße, ich werde sterben Okay, wo? Ja, toll Jetzt hat er mich zurückgelegt Wer denn? Wer denn? Ich sag, mein halbes Herz DJ der Bär oder so Gesehen, gesehen Ich komm zu dir Der, der mich verfolgt Oder, glaub ich Ist er tot? Ja Nice Wow Wow Wow, hab ich mal wieder Gar kein Loch Die 10 Gramm, die ich Boah, das ist eine schlechte Runde für mich Ja Egal Das darf ich als Fail hoch Das passt schon Okay Also dann Bis zur nächsten Aufnahme Ciao Bis zur nächsten Aufnahme 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 Untertitelung. BR 2018